Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Mein Wort darauf. Oh Mann. Und der nächste ist tot. Jetzt sind wir nur noch drei Leute hier. Prophet, Psycho und ich Nomad. Ich werde jetzt eine Waffe hier einmal aufheben. Psycho, geben Sie uns Deckung. Okay. Nomad, Sie kommen mit. Verdammt. Nix als leicht. Sonst ist alles okay. Rücken Sie zum Überaktor. Greifen auf den sicheren Kanal der KVA zu. Nomad, Sie und Psycho sichern das Gelände. Hören Sie, die KVA hält in dem Dorf einen Zivilisten fest. Das ist nur ein Blick entfernt. Könnte einer von Rosendars Leuten sein. Nomad, durchsuchen Sie das Dorf und sammeln Sie möglichst viele Informationen. Ich bleibe hier und überwache Ihren Funkverkehr. Die Lokalisierung der Geisel hat Priorität. Verstanden? Verstanden. Psycho wird Ihnen helfen, sobald wir hier fertig sind. So, Munition haben wir wieder voll. Haben wir hier irgendwas? Hier drinnen noch irgendwas? Oh, nein, ich wollte nicht daraus springen. Ich habe ja schon mal gesehen, dass da hätten Einheiten waren. Das Auto steht so da. Das schnapp ich mir da natürlich. Okay. Okay. Ich werde jetzt einen Treffpunkt sicher. Wir bleiben in Kontakt. Nomad, ich suche mir eine erhöhte Position. Melde dich, wenn du im Dorf bist. Ah, da vorne ist eben wo das Auto. Und noch so ein scheiß Helikopter. Den können wir momentan sowieso nichts zufügen. Naja, dann wollen wir erstmal hier wieder runter. Na, Banner haben wir erstmal. Ja, Scharfschutz und den da oben auch irgendwo. Ich glaube, hier sind auch alle tot soweit. Nichts zu sehen momentan. Alles ruhig. Da hinten ist ein Schiff. Unfaires Pack. Ja, da oben steht irgendwo ein Scharfschütze. Aber der soll uns nicht interessieren. Untertalung des Gen governo. Scharfschutz insộc mutации. Ja, da oben steht noch so. Fuck, da kommen Einheiten ohne Ende. Ich seh gerade so ein bisschen schwarz, dass ich da durchkomm, so ohne Wagen, na dann wollen wir mal... Geh kritisch. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Lauf. Lauf. Oh, da hinten ist das Auto. Wollen wir mal die Geschwindigkeit hier nutzen. Hat zwar nicht gerade viel gebracht, aber besser wie gar nichts. Ja, hier wurde gerade irgendwo auf mich geschossen. Nur von wo? Geh kritisch. Maximale Stärke. Hm. Nichts zu sehen. Und ich glaube nicht, dass es der Scharfschütze ist. Ha, oh, das ist sogar noch so gut wie heile. Na dann wollen wir mal. Let me see you rainbow hidden in the sky. Wow. It Nope. Die. Ach! Ich muss schnell센 Wofres. Ich komme zu natürlichen. Ja, das ist doch decor. Hier geht's mir auch in die Stadt. κ tour cheil, das sind in die Stadt schonками. Was ich genau reservation? Da geht's. Ah, da geht's. Ich bin. Ja. Oh, mein hinterer Reifen. Bats, bats. Tarnvolo ist aktiviert. Der schießt die ganze Zeit daneben. Tarnvolo ist aktiviert. Der schießt die ganze Zeit daneben. Der schießt die ganze Zeit. Oh. 洗el. Eben. Gaziękuję kaputt! Brumm 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 Batsz, 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 Batsz. Batsz. Sie nähern sich einer Radarstation der KVA. Finden Sie ein Terminal und greifen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zu. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Ding ruggelt und bewegt sich. Uh! Untertitelung des ZDF, 2020